Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich würde mich natürlich wieder darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben würdet. Und wenn ihr kein Vorschau-Video verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Nachdem Rosalie hinter Andres Plan gekommen ist, versucht er sie durch Bestechung zum Schweigen zu bringen. Da sie immer noch darum bemüht ist, für Michael ein besserer Mensch zu werden, will sie davon nichts wissen. Als genau dieser sie dann aber enttäuscht, geht sie auf Andres Angebot ein. Vanessa wird wieder von schlimmen Knieschmerzen geplagt und Robert kümmert sich freundschaftlich um sie. Es gelingt ihm, ihr ein Versprechen abzunehmen, wenn er es schafft, eine Koryphäe für Vanessas Knie-OP zu gewinnen, wird sie sich operieren lassen. Maya und Florian wollen den Wald gemeinsam aufforsten. Als Florians Budget nicht reicht, verspricht Maya ihm großspurig, die Finanzierung zu stemmen. Aber die Setzlinge erweisen sich als teurer als gedacht. Durch Zufall erfährt Florian von der Quelle und Eriks Baupläne. Wütend stellt er seinen Bruder darauf hin zur Rede und fordert von ihm, das Projekt abzublasen. Währenddessen findet Christoph heraus, dass die geplante Zufahrtsstraße zum Kurhotel nicht realisierbar ist. Alternativ könnte sie nur über Florians Waldstück verlaufen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017